in diesem video möchte ich euch eine sammlung das geld der welt vorstellen die ich kürzlich kaufen konnte das ganze in einem schönen nummelsbinder auch hier mit einer deckel prägung und einer front prägung da könnte man sogar überlegen das ganze hier in diesem album zu lassen auch wenn ich ja eigentlich das optima format habe und auch schon andere sätze aus solchen sammlungen hier aber die binder gefallen mir trotzdem irgendwie und auf jeden fall möchte ich euch gerne natürlich die münzen einmal vorstellen sind insgesamt 31 sätze da haben wir hier einmal venezuela dann haben wir die ukraine bei venezuela immer noch mal schön das zwölfeinhalb centimer stück ein doch unübliches nominal weil es eben die hälfte von 25 ist dann haben wir kyrgyzstan und die malediven weiter geht es mit mosambik und den münzen aus cap verde bei cap verde auch schön der blumen satz mit fünf werten den habe ich so auch noch nicht in der sammlung soweit ich es sagen dann haben wir guatemala und ost timor beziehungsweise timor leste hier oben haben wir einmal norwegen und israel einmal bei norwegen auch bis zum 20 kronen stück alles in perfekter erhaltung gerade die beiden habe ich so noch nicht in der sammlung was die erhaltung angeht die werden auf jeden fall da bleiben und ich denke auch hier sind wieder einige jahre dabei die ich noch nicht in der sammlung habe und bei israel auch da dann bis zum zehn müssten schäkeln nein doch bis zum zehn schäkel stück auch dass ein schöner komplett satz dann geht es weiter mit den kaiman inseln und japan bei japan sind dann auch wieder die jahreszahlen entscheidend ob ich die münzen behalte oder nicht beziehungsweise ob da etwas neues dabei ist dann haben wir surinam auch surinam hat sehr schöne münzen gefallen mir immer wieder gut sowohl was dann die metalle angeht dass wir hier eben mal eine kupferfarbene 5 cent münze haben und auch noch die form dazu dass man mal eine eckige münze mit hat und insgesamt natürlich mit einer schönen gestaltung auch ein schöner satz sind die münzen von costa rica auch die habe ich so zum teil noch nicht in der sammlung vor allem wieder was die erhaltungen angeht auch darauf freue ich mich sehr drüber dann haben wir einmal pakistan mit insgesamt sogar neun münzen dann einmal syrien und einmal beides auch ein bisschen exotischer kann man auch mal in die kamera zeigen hier fünf münzen aus syrien auch bei denen könnte ich mir wieder durchaus vorstellen dass einige lücken in der sammlung geschlossen werden dass also dieser satz auch da bleibt und dann hier ein satz le soto da kann es durchaus sein dass ich die münze schon habe das muss ich erst einmal prüfen ob das auch ein komplettsatz ist den ich habe und so weiter dann haben wir als nächstes dänemark und botswana den dänemark satz zeige ich einmal in die kamera hier vor allem wegen der beiden höchstwerte den 10 und 20 kronen auch die habe ich in den erhaltungen noch nicht in der sammlung auch das eine schöne ergänzung und was ich bei dem botswana satz gern hervorheben möchte sind die schönen tier motive die das land verausgabt einmal die fauna des landes sehr sehr schön dann haben wir die zentralafrikanische staaten so etwas naja wieder euro afrikas was dann auch eine währungsgemeinschaft darstellt und hier unten haben wir dann kuba dann geht es weiter mit somaliland und den komoren auch hier beide sätze die man einmal näher beleuchten kann hier somaliland auch wieder mit schönen motiven wo ich wieder prüfen muss ob ich genau die schon in der sammlung habe oder bis andere sind und was hier auch ein sehr schöner satz ist ist die sind die münzen von den komoren sind für mich in dem fall hier fünf komplett neue münzen bisher habe ich nur eine ältere zwei fragen münze von den komoren also auch da schön ergänzt das einzige was dann hier fehlt ist ja jetzt aktuell verausgabte beziehungsweise ich glaube 2013 verausgabte 250 frank stück aber das hier sind ja münzen aus den 90er jahren dann haben wir hier oben einmal russland und hier unten einmal polen da möchte ich bloß auf den russlandsatz etwas näher eingehen denn es ist der komplette satz von 1991 also der letzte satz der udssr auch da würde es sich wieder lohnen zu prüfen ob ich den schon komplett habe oder nicht hier haben wir einmal chile und italien dann haben wir indien und portugal auch bei indien das kann man auch noch mal in die kamera zeigen die kleinstwerte in preise von 1 bis 20 auch hier wieder schön man hat mal ein untypisches nominal mit drei preise dazu und man hat hier viele schöne formen viereckig mit wellen und auch sechseckige münzen das ganze wirklich mal ein kompletter mix was formen angeht und das ganze ist natürlich auch interessant wegen den zahlreichen münzzeichen die es in indien gibt das könnte ich aus dem stehgreif so gar nicht sagen dann nutze ich dann meistens nur mister um das ganze näher zu bestimmen aber ich nehme sehr stark an dass dieser satz auch in der sammlung verbleiben wird da ist sicherlich mehr als nur eine münze neu hier nochmal schön anzusehen ist portugal vor allem wieder wegen den erhaltungen auch bei den 100 und 200 escudo münzen wird sich sicherlich auch gut machen in der sammlung und dann haben wir noch die beiden letzten sätze mit mazedonien und ecuador ecuador sind sicherlich auch die ein oder andere münze neu das wird nochmal geprüft und bei mazedonien da kann ich schon sagen der bleibt auf jeden fall in der sammlung denn denn hier sind auch mindestens zwei münzen neu von diesen ausgaben hier habe ich nämlich bloß den ein dinar und die anderen beiden ausgaben die fehlen mir noch sehen wir uns auch noch mal kurz den ecuador satz an als abschluss sozusagen die 50 centavers und die fünf sucre sind definitiv neu für die sammlung den rest den könnte ich sogar schon haben alles in allem ein richtig tolles album habe ich mich sehr darüber gefreut und ich hoffe natürlich auch das video hat euch gefallen gern abonnieren wenn ihr auf dem laufenden bleiben wollt und wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin tschüss bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin